Pfff Super Herze auspusten der Peach Ich nehm das Chiss Gerät mit Jo ok das war auch dieses Spiel He ist noch jismissig alles ok So ist hier oben jismissig alles ok Ja, scheiße 5 o'clock Hungry Hungry Opa, Prophet hat wieder gekocht für dich Der ist ja auch als Pisser Je nachdem Wie du meinst, ne? Ja, das ist diesmal nicht Prophet Das ist Penisbilder, Verschicker Kann natürlich auch gut möglich sein Man weiß nicht, man weiß nicht Man muss zu verstehen Der Penislecker, der Verschicker Der verklickt immer so Sachen, weißt du? Er verklickert immer Schreibt direkt und läuft diesen Hund hinterher Diesen Prophet damit, also gibt dir einen Infos Der Hundeficker Ja Ich hab Weecherbrett, ich muss benutzen Ja Ja Gose, where are you motherfucker? H E L L Gose 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 Worsche Gose 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 M ceiling M Gose 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 im keller nicht keller diese raum wo die schwerter sind bin ich gerade aber ich hier ist nichts ich habe ich schon mal gemacht habe die fingerprenter mit hier hier dann nehme ich das anders mit wo ist hell Ich weiß nicht, was ich hier passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich hier passiert? Ist was an? Ich hab einfach Kerze genommen Kann jemand Kreuz nehmen, ja ich hab ja ein Glück Habt ihr immer noch nicht gefunden? Drei Drei Hast du? Drei Drei, Mann Hier Draußen In der Mitte, weißt du wo die Treppen runter gehen Jetzt ist es wieder auf Null Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, hier ist er, hier ist er Wo? Hier ist raus mit einem Baum Echt? Ja Und das soll die Hölle sein, oder was? Der Peach Hell, hier ist Hell Hell Ah Hell Hell Hell, da haben wir noch kommen So Help Help Nicht Help Help Er hat mich fokussiert uns Was soll er denn da anfassen? Ja Alter, da ist King gewonnen in dem Spiel, ey, ja So So Habt ihr nach Jizz Flecken geguckt? Äh Hier, hier, hier Hier Hat er Licht angemacht grad Oh, boh, er dreht durch Ey, wo denn jetzt? Hier Hat er Licht angemacht Oh, Jizz Flecken Der ist 100% hier Wer war das? Digga, wir haben safe keinen Fingerabdruck Fingerabdruck, Mann, hab ich weg, oder? Na wo? Man hat Schachtel Dass sie hier ist Einen Einen Der ist hier zu, guck Schau mal an den Fingerabdruck Der geht ab Keine Fingerabdruck, geh weg 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 Oder? Hey Was ein Hurensohn Was ein Hurensohn Was war das? Was war das? Ihr seid draußen, ich bin noch drin Er fängt an zu handen, ja? Ein Peach Der kommt von hier draußen, ja? Hast du viel Abdrücke? Echt? 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 Der fickt uns Was ist hinter dem? Wo ist denn der gespawnt? Der ist hier gespawnt, hier beim Baum Hinterm Baum, wenn du jetzt so guckst, weißt du? Was denn, wo ist denn der jetzt? Der muss doch hier sein, Bro Muss hier sein, aber der ist, ich glaube hier gespawnt Wo ist Gizflecken? Nicht gewesen Bei mir irgendwo ist das Gerät für die Gizflecken Da Ah Ich guck's Ich guck's Wir haben keine Gizflecken Nein Nein Im Gebäude drin gibt's auch keine Gizflecken Nein Im Gebäude drin gibt's auch keine Gizflecken Ich guck mal, ich muss ankreuzen Wir haben Echtoplasma Echto und Gefrier Alter Gefrier auch? Alter, hier nimm mal EMF, guck mal bitte Der rastet aus Komm mal auf 5 Der Hurensohn ja wo ist denn 5 ja scheiße hier drinnen bleib hier bleib hier oh ha wo er spawnt ja er ist weg hast du schiss oder was guck ich guck mal in meinem stream er siegel spawnt grad hier in der Eiger mit dieser palme wir haben 4 aber nicht 5 nicht ja egal guck weiter hast du geredet mit dem aber nur alleine kann man reden geh mal raus da gibt man den kreuz her hast du kreuz oder naja geh raus oder auch nicht hallo wieder naja der ist easy digger das ist ein snack digger der ist voll langsam sordi der ist mega langsam aber wenn wir gegen den verkacken dann weiß ich nicht weiter die gegen den fick ich alleine digger die gegen den fick ich alleine digger ey das sanz geht nicht weg hallo du bist komplett raus ja lass mal kreuz hier geh du nicht weiter ja leg geh den kreuz bei salz ist das bei salz bei salz ey digger geh rein abu abu was abu was er für Sachen macht er wirft aber auch hier voll viele Sachen er will mir jesus zeigen der peach jesus jesus mesus okay bist du dausen hallo bleib mal draußen dausen wo ist du hier der ist dachte grad er hat gemollt er hat sie wieder er hat Spur gewechselt aufgehört fuck you motherfucker ich fick dich was geht mit dem ab der ist aggressiv ja alter äh digger was hä wo ist you anything motherfucker you are the here motherfucker you speak with me you are the here thank you ich weiß aber es geht leider nicht aber emf vielleicht aber da versuch du mal zu reden wo mit deinem video wurde schon viermal viermal angeguckt komisch zwei mag ich bewertung ja das ist bestimmt alle voll vergessen dicker jetzt geht es um zu emf kann nicht sein okay emf kann weg fingerabdruck auch geisterbox mama geisterbox bruder ja naja hier ist geisterbox naja hier und um das kreuz ich geraust hatte wenn er kommt dann wechselst du zur tower hier das kreuz und das kreuz nicht oder was wenn er handelt macht das gefriert temperatur weg ja das kreuz nicht das kreuz nicht in der hand hat das kreuz nicht in der hand hat das da ich hab ectoplasma gewonnen ja hab ich schon ups ich brauch's doch schon gif echt die fritttemperatur haben wir auch aber emf ist das dann eigentlich auch nicht weil der gibt dir kein emf 5 so kannst du aber weg streichen weil du kommst auf mich abbrechen dämon ist das auf jeden fall nicht emf kann auf jeden fall weg ok geisterbox auch weißt geisterbox auch weg come on du hörde hier motherfucker esg schlafelein oder für genau hey du hörde hier motherfucker du hörde hier motherfucker du fucking ghosting motherfucking ghost geisterbox smiling echt doch geisterbox war erntet ich nehm ihn alleine auseinander ich mach Exorzismus alleine digge sikerem meinst du du schaffst eventuell wenn ich pillen schluck ja und hat einfach hörner ja Das Ding ist Teufel Ich sag dir ehrlich, das Ding ist Teufel Das Ding ist Teufel wie Ami Abole So jetzt werden Pillen geschluckt und seiner Mutter gefickt alleine, Alter Genau, und danach fängst du an Datenbanken zu hacken Könnt mir nur helfen bei den Bildern, wenn ihr möchtet Easy Das wär cool Aber du musst aufpassen, dass deine Datenbank nicht wieder gehackt wird, ja? Meinst du von Pain.net? Ja, von Pain.net und so Jetzt willkommen bei Pitchco, dummer armer Holle Pfff Kommt das mit der Datenbank schon wieder her, Junge? Erzählen wir dir danach Erzählen wir dir danach Kommt die im Tag aus Neues Ja Katana ist okay Wie in der Prophetbise Ich hab zwei Bilder Ihren Mann Ich weiß nicht wie die aussehen Merkt ihr einfach nur das reicht mir Jaja Alles gut Katana Hier ist ein Katana Wo denn? Hier in der Mitte liegt doch ein Katana Ich wollt nur Kerze kurz, warte Der muss auspusten Hm? Dann nimmst du eine Katana, was einfach hinter dir ist und bringt das hin Hinten, weil hinten hast du dann auch noch mal nen Katana Pfff, wie ist es auch jetzt? Ich hab keinen Platz Hast du drei Sachen schon? Jaja, ist kein Problem Pack eine Sache weg, brauchst du ja gar nicht mehr Ey, wieso kann ich das nicht hin tun? Wie geht das? Mal gucken, an welchem Platz kommt Achso Ja Bruder, was soll ich sagen, ja Pfff Pfff Nächste Katana bitte? Nimm, nimm immer dein Dings in die Hand Dein, äh, Pussy Kannst du ja in die Hand nehmen Währenddessen Wir nehmen den Suchobseher Alleine, Digga Was Katana? Ist hier oben nicht Das war die nächste Gemälde Gemälde, Gemäldeaufgabe, ne? Mhm Na man Wie sind die Bilder? Ich hab hier nackter Mann Hast du's gesehen? Nackter Mann? Nackter Mann, da muss Rücken nach oben Weißt du? Rücken nach oben Okay Äh, die Digga, so Arabische Brille Arabische Mann mit Ding Äh, Bandana Äh, diese arabische Frau Machst du so wie normal ist, weißt du? Okay Und das weiße, diese Sperma Was? Ich nicht wissen, was wird die mit dieser Sperma Habe ich nicht wunden Ne, die Das wird schon klappen Ja, bis ich das raus hatte Jetzt zum Sperma und äh, diese Ding Warte Ne, die ist, die ist, diese Sperma Das ist, das ist Hahahaha Da Mama Hollis Dummy Wie warst du da mal in denen? Ich war da Ich hatte mich wirklich bergacht Oh Ich war da, aber er war bei Marvin den Müll, der den ganzen Tag labert, geben wir den Müll ich hab ihm seine 8 Euro gegeben, den Peach hier ist auch eine Bild hier ist auch eine Bild hier ist Sperma, hier ist Sperma, Sperma nach links Sperma nach unten links, unten links der andere? der andere ist scheißegal, scheißegal, machst du einfach so ein bisschen drin und so wie sonst scheißegal, dieses Sperma ja reicht doch jetzt mal Bruder, guck mal hier hast du ein großes Spermafleck und da hast du bei dir ein kleines Spermafleck oh, Peach, auch mal nach oben ich muss schon suchen diese Gegenstände hier vorne, hier, hier, direkt in dieser hier wenn du gehen jetzt geradeaus, nein, nicht da, nicht da, nicht da nein, immer noch zurück, zurück, zurück oh, ja, da, da, da da hast du eine Peach da musst du nur noch suchen da musst du nur noch suchen, zwei andere Peach hier was auf, blöd der doch nicht kommt der Takt hier hier ist eine Peach mit Maske wo, hier? wenn du zurück geh, zurück geh, nein, 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 zurück, zurück, zurück kommst du wieder durch den Gang, durch den Gang genau, und dann gehst du wieder dieser Gang zurück dann gehst du hier in die Ecke ist anonymus, ist anonymus ah, hier ist noch Peach und, äh, da ist die Peach nochmal dabei letzte Peach vielleicht hab doch gesagt, wir ficken den so, also ich, ich jag die Alec oh, Memo, oh, oh, Memo ich hab ich vergessen, was ich sagen wollte, Memo, ja? ja, tot, Bruder, tot tot, Bruder, tot, Bruder fick ihn, fick ihn, fick ihn er kommt er kommt er kommt er kommt oh, sie hat mein Memo auseinander genommen oh, ah, oh, Memo, Memo ich frage den Geist, ob er im Huch und sohn ist und so Hello, you are here? Do you want to play with me? Do you play with me? Yes? No? Fuck you? On the hole? On the beach? A, B, C, D, E, F, G? A, J, K, L, M, N, B? Einfach Video. Einfach schon vier Aufrufen. Stalker, Hurensohn. Er fickt deren Mütter in den Arsch. Diese dumme Wichskinder. Hurensohn. Hab das allbesslich hier versucht, du dummer Bastard. Er kennt mich persönlich, aber redet so über mich. Schwanz. So, ab zum Auto, ab zum Arabistan. Nach Mekka. Was sind denn da genommen? Herzlich willkommen bei Pitchco, meine Damen und Herren. Ein 31er. Ich warte, du dich bist, sicher. Vielen Dank.